Unruhe und Streit in der frühen Christengemeinde. Was war da los gewesen? Dann gab es da plötzlich ein Blutverbot zusammen mit drei anderen Sachen, die irgendwie rausgebracht wurden und in Umlauf gebracht wurden. Zum Beispiel auch die Frage, ja warum wurden speziell erwürgte Tiere da erwähnt? Was hat es damit auf sich? Und wie kam Jakobus, der hat das nämlich geäußert, wie kam der auf diese speziellen vier Sachen, die da erwähnt werden? Das möchten wir uns in diesem Video heute mal genauer angucken. Und ja genau, damit erstmal hier willkommen auf dem Kanal Faith.Science. Mein Name ist Jascha Schmitz und der Kanal hier ist dazu da, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung. Dazu hinterfragen wir hier möglichst unzensiert diese verschiedenen Bereiche. Und in dieser Reihe hier sind wir bei der Thematik Tempel im Kontext, theologischen Kontext der Bibel. Also aus christlicher Sicht und da haben wir bisher schon besprochen, dass der Tempel, also anhand eines Buches von dem Bibelgelehrten Biel, da arbeiten wir uns so ein bisschen nach, die Quellen sind alle unten drunter. Die Playlist werde ich hier oben übrigens nochmal verlinken, falls du hier so mittendrin einsteigst. Aber da ging es halt darum, dass die Bibel im Grunde genommen den ganzen Kosmos ursprünglich als Tempel beschreibt, als einen Ort, in dem Gott wohnt oder in dem er präsent ist. Und dass die Rituale und Bauwerke, die Tempelbauwerke im Grunde genommen immer nur so ein Mikrokosmos waren, so eine Vorschattung, um diesen kosmischen Plan später wieder umzusetzen. Und dass dann irgendwann halt der gesamte Kosmos, unsere ganze Realität sozusagen wieder der wahre Tempel ist, der Ort, an dem Gott präsent ist und zwar durch Menschen als sein Bild. Darüber haben wir uns unterhalten und uns angesehen, dass das große Update eigentlich im christlichen Glauben dann dadurch kam, dass Jesus und die Gemeinde diese neue Schöpfung bilden. Also diesen neuen Tempel, dass der da eigentlich gestartet wurde in Jesus, in der Auferstehung. Und naja, und da ist natürlich noch nicht abgeschlossen, der ganze Prozess, aber dass da was bahnbrechendes geschehen ist. Und dass deswegen auch in den Schriften des Neuen Testaments diese Thematik Tempel unglaublich im Fokus steht. Und da haben wir uns die letzten Wochen über die Apostelgeschichte unterhalten. Also zweiter Lukas sozusagen. Letztes Mal, glaube ich, gesagt. Also erst Lukas, Evangelium nach Lukas. Das ist das erste Buch, was er geschrieben hat. Dann ist komischerweise dazwischen Johannes und dann kommt die Apostelgeschichte, aber die ist auch wieder von ihm geschrieben. Also hätte man besser aneinander lassen sollen wahrscheinlich. So what? Also Apostelgeschichte 15, da möchten wir nämlich heute reingucken. Letztes Mal war die Rede vom Stephanus, bevor er gesteinigt wurde. Da haben wir uns dann angesehen, wie sich das ganz zentral auf die Tempelthematik fokussiert hat. Und heute eine ganz andere Sache. Apostelgeschichte 15. Ich nehme dich hier gleich mit in die Bibel. Und Apostelgeschichte 15 fängt hier mit an, dass einige Leute von Judäa herabkamen. Und zwar nach Antiochia, in die Stadt Antiochia. Und die lehrten in der Stadt, hier das, wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Also da kamen Christen aus Jerusalem und sorgen in Antiochia für Unruhe. Das merkt man nämlich jetzt hier in Vers 2. Da nun nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand, beschloss man, naja, die Jungs halt nach Jerusalem zu schicken. Da, wo das Problem sozusagen herkam. Also wo die Brüder daher kamen, die das, ja, diese Ansicht da aufgestellt haben. Und du musst wissen, die Kapitel davor wird davon gesprochen, wie Paulus dann zum Beispiel rumgereist ist in anderen Städten. Und ständig schon irgendwelche Nichtjuden, also damals sogenannte Heiden, dann zu Christen geworden sind. Ohne Beschneidung, ohne jetzt speziell sich dem Gesetz Mose da irgendwie anpassen zu müssen und so. Sondern das passierte einfach durch ihren Glauben an Jesus. Ja, deswegen gab es hier Unruhe. Man geht nach Jerusalem. Nochmal, um zu zeigen, dass es wirklich daher kam, das Problem aus Jerusalem. Die schicken nämlich nachher einen Brief, nachdem sie es behandelt haben, die ganze Thematik. Schicken sie einen Brief zurück an die Gemeinde in Antiochien oder Antiochia. Und hier in Vers 24, da schreiben sie nämlich im Brief. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Also da geben die Jungs halt zu, wir haben die überhaupt nicht beauftragt, zu euch zu kommen. Und dann haben die noch für Unruhe gesorgt. Naja, und dann schreiben sie da halt ihre Antwort. Also man bespricht da die Angelegenheit und kommt im Grunde genommen hier in diesem Brief zu der Thematik, in dieser Besprechung. Also da sind dann die Ältesten plus auch die Apostel in Jerusalem mit den Jungs aus Antiochia zusammen und unterhalten sich. Das sind die Verse dazwischen. Und man kommt halt zu dem Schluss in Vers 7 bis 11. Da spricht Petrus. Und das möchte ich mal vorlesen, was der da schon sagt. Also Vers 7. Als ein heftiger Streit entstand, also da merkt man wieder, die wollten gerne an ihren Geboten festhalten aus dem Gesetz Mose, Beschneidung. Als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte zu ihnen, Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, hat dies bestätigt, indem er ihnen ebenso wie uns den Heiligen Geist gab. Er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Also Joch, diese Last des Gesetzes Mose mit den ganzen Regeln und so. Das meint er hiermit. Ja, genau. Und ja, das ist das, was er jetzt hier sagt. Er sagt im Grunde genommen, hey, ist doch nicht nötig. Durch das, was ich erlebt habe, ist doch schon längst klar, dass Gott Heiden einfach annimmt, ohne dass sie sich an diese Gebote halten. Und das haben wir uns jetzt nicht konkret angeguckt zwischendurch, zwischen letztem Video und diesem. Das kannst du dir gerne in Ruhe angucken, weil ganze Apostelgeschichte 10 handelt davon, dass Petrus eine Vision bekommt von unreinen Tieren. Und ich kann da mal reinklicken. Und Gott sagt zu ihm, er soll die essen in dieser Vision. Erstmal wehrt sich Petrus. Aber dann passiert das hier. Vers 13, er hat da diese Vision von den unreinen Tieren. Und eine Stimme rief zu ihm, steh auf Petrus, schlachte und iss. Petrus aber antwortete, niemals, Herr, noch nie habe ich etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Da erging die Stimme ein zweites Mal an ihn. Was Gott für rein erklärt hat, nenne du nicht unrein. Vers 16 noch interessant, das geschah dreimal. Und zugleich wurden das Gefäß in den Himmel hinaufgenommen. Es gibt im Alten Testament manchmal diese Situation am Thron Gottes, wo dann Cherube oder Seraphe halt die Heiligkeit Gottes verkünden, dann immer heilig, heilig, heilig ist. Also diese dreifache Bestätigung. Und hier ist es eben auch, das geschah dreimal. Also Gott bestätigt das hier ganz deutlich, dass er etwas reingemacht hat, so gesehen. Also das dazu. Jetzt klingt hier mein Telefon. So, ist der Ton weg. Also das dazu. Und direkt im Anschluss an diese Vision, die Petrus hier hat, wird er dann zu dem Hauptmann Cornelius geschickt. Also ein Nicht-Jude. Ein Offizier. Und ja, und dieser Hauptmann Cornelius, das ist dann hier in Vers 45, ist auch ganz interessant. Petrus predigt und predigt und predigt. Ist ganz eifrig da und will halt ganz toll über Jesus erzählen. Und dann ist halt im Vers 44, noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte, kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Naja, und dann werden sie eben getauft. Also hier ist es auch, dass die, also Petrus und die anderen, die wären überhaupt nicht auf die Idee gekommen, denen jetzt irgendwie scheinbar die Hände aufzulegen und hätten jetzt, die haben immer noch so eine Distanz da gehabt wohl. Weil wenn hier steht, die konnten das nicht fassen, dass die jetzt auch den Heiligen Geist bekommen, dann war das hier so der Initialmoment, wo Gott ihm durch die Vision und dann durch dieses Ereignis klar gemacht hat, hey Petrus und an alle gerichtet, die Heiden sind jetzt mit im Club, die gehören jetzt dazu. Also die sind jetzt sozusagen Jesus angeschlossen, die dürfen jetzt mit rein. Und ja, und das erwähnt Petrus jetzt hier in Apostelgeschichte 15, wo wir waren, das wussten die ja dann an der Stelle schon. Und darauf geht er dann eben nochmal ein und sagt denen das halt hier so, hey, ihr wisst doch, dass Gott die schon angenommen hat, die Heiden. Warum sollten wir denen also die mit der Beschneidung aus dem Gesetz Mose belasten, hat Gott ja schließlich nicht gefordert von denen. Also da kam nicht der Heilige Geist zu Cornelius runter und hat erstmal gesagt, übrigens du musst noch die und die und die Sachen aus dem mosaischen Gesetz befolgen, dann darfst du Christ werden. Nö, war nicht. Die waren halt durch den Glauben dann mit sozusagen geheiligt. Genau, wo waren wir gewesen? Petrus Vision, genau, Jakobus stimmt der ganzen Sache zu. Wo haben wir das? Genau, achso, Petrus hat hier geredet, Vers 11. Dann in Vers 12 erzählen Barnabas und Paulus noch, was an den Heiden halt für Taten Gottes passiert sind. Also die setzen noch einen drauf, weil ja in ganz vielen Städten da in der Region jetzt schon den Heiden gepredigt worden ist und die zum Glauben gekommen sind. Und dann, dann kommt halt noch Jakobus dran, Vers 13 hier. Als sie geendet hatten, nahm Jakobus das Wort und sagte, Brüder, hört mich an. Simon hat berichtet, dass Gott selbst zuerst darauf geschaut hat, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Damit stimmen die Worte der Propheten überein, die geschrieben haben. Und jetzt zitiert Jakobus aus den Schriften der damaligen Bibel, sag ich mal so. War ja noch nicht irgendwie zusammengesetzt, da als Kanon oder so. Also er zitierte den Propheten Amos. Übrigens aus der Septuaginta. Falls du da nämlich in deiner Bibel nachguckst, ist der zweite Vers ein bisschen anders. Aber man weiß, die griechische Übersetzung, die Jakobus damals zitiert, das ist die hier. So, die jetzt hier von ihm, also was jetzt hier von ihm zitiert wird in Vers 17. Da steht nämlich hier alle Völker und wenn du bei dir in der Bibel gucken würdest, würde da Edom stehen, statt alle Völker. Aber in der damaligen griechischen Variante standen alle Völker. Das ist schon korrekt. Was steht jetzt in der Prophezeiung? Also er zitiert hier aus Amos. Danach werde ich mich umwenden, sagt Gott hier. Und die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ich werde sie aus ihren Trümmern wieder aufrichten und werde sie wieder herstellen. Damit die Übrigen den Herrn suchen, auch alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist. Sprich der Herr, der das ausführt. Ja, also Jakobus Zitat unterstützt jetzt eigentlich das, was Petrus, Paulus und Barnabas kurz vorher gesagt haben. Dann nochmal Vers 11, da steht nämlich, wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet zu werden. So, also sie werden hier durch Jesus gerettet und haben in Vers 9, hier steht hier, denn er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum ist das wichtig, diese Aussagen? Naja, das Gesetz Mose hatte ja viele Reinigungsvorschriften. Also viele Reinigungsvorschriften, die im Grunde genommen, ja, diese ganzen Rituale, die durchgeführt wurden und die halt aus der Sicht jetzt des Judentums wichtig waren, um für Gott heilig zu sein, um gerettet zu sein. Und jetzt sagt hier eben der Petrus, er hat ihre Herzen nicht durch das Halten dieser Gebote gerettet, sondern durch Glauben an Jesus gerettet. Das ist also so ein Switch von einem Regelwerk an Geboten hin zu Glauben an Jesus, dem Nachfolgen, was Jesus gelehrt hat. Also das bestätigt Jakobus im Grunde genommen durch sein Zitat von Amos. Hier kommt jetzt auch der Tempel ins Spiel, aber auf den gehen wir am Schluss ein, weil du merkst hier schon, hier kommt die zerfallene Hütte Davids und das ist in Bezug auf früher eben zu Davids Zeit noch die Stiftshütte, also Vorläufer des Tempels, dieses Zelt. Das ist hier im Fokus, das wird wieder aufgerichtet, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber vorab möchten wir uns mal ansehen, eine ganz andere Frage und zwar, jetzt kommt es zu einer Merkwürdigkeit. Also Jakobus hat das ja jetzt hier gesagt und sagt eigentlich, okay, wir sind uns da alle einig, die Beschneidung ist also nicht mehr nötig. Also Petrus, Paulus, Barnabas, Jakobus, alle da zusammen und so, haben wir ja bei Cornelius gesehen, als der zum Glauben kam, musste der nicht erst beschnitten werden, bevor der Heilige Geist auf ihn kommt und so. Also alle sind ohne Beschneidung, ohne Halten dieser Gesetze da irgendwie angenommen. Also eigentlich war es relativ offensichtlich so, das Gesetz ist nicht mehr das, was reinigt, sondern, hatten wir Vers 9, Jesus, der Glaube an Jesus reinigt die Herzen. Aber, Kuriosum, Vers 19 bis 21, jetzt sagt Jakobus was und zwar folgendes. Darum, also darum, weil eigentlich Jesus sie reinigt und der Glaube wichtig ist, jetzt sagt er hier, darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten aufzubürden. Okay, das ist ja klar, also so das lassen wir, super der Satz. Aber, jetzt kommt das Aber, man weise sie nur an, Erstens Verunreinigung durch Götzenopferfleisch und zweitens Unzucht zu meiden und weder drittens Ersticktes noch viertens Blut zu essen. Das ist ja jetzt kurios. Also eigentlich haben sie darüber gesprochen, gelten die Sachen aus dem Mosaischen Gesetz, wie die Beschneidung, gilt das jetzt noch oder nicht? Und jetzt sagt er, nein, wir wollen denen diese Lasten nicht auferlegen. Jetzt aber macht er sich so ein Hintertürchen auf scheinbar und sagt irgendwie, ja, aber so ganz loslassen will ich die Gebote dann auch nicht. Das will ich sozusagen hier noch irgendwie denen auch weitergeben. Jetzt ist die Frage, womit hat das zu tun? Also ist das jetzt irgendwas von Mose oder nicht? Also was ist die Möglichkeit? Warum sagt er diese vier Punkte jetzt hier? Das wollen wir uns jetzt einfach mal angucken. Also waren diese vier Sachen feste, dauerhafte Voraussetzungen aus dem Gesetz Mose vielleicht auch, die aber trotzdem weiter galten? Also diese vier Sachen, galten die jetzt sozusagen, hat Jesus da auch drüber gesprochen, galten die einfach weiter in alle Zukunft, in die Zeit des ersten Jahrhunderts hinein und bis in unsere heutige Zeit hinein? Gilt das komplett? Und da müsste man jetzt folgendes sagen, naja, Hurerei ist klar, das wird später im Neuen Testament natürlich auch an anderen Stellen noch verurteilt. Korintherbrief und so, wenn man das liest. Also klar, Hurerei könnte man schon mal sagen, ja, da wissen wir, das gilt weiter, das wird auch drüber gesprochen. Über dieses spezielle Gebot Blut und Erwürktes, das kommt eigentlich im Neuen Testament so speziell nachher nach der Apostelgeschichte nicht mehr vor, dass das irgendwie nochmal speziell darüber diskutiert wird oder so in dieser Kombination. Und was jetzt das wirklich abgefahren ist, die Sachen mit dem Götzenopferfleisch, Verunreinigung durch Götzenopferfleisch, das kommt vor. Also da wird noch drüber gesprochen, aber diese Sache wird gekippt. Ist wirklich so. Also was hier noch an den Heiden, an den Heiden weitergegeben wird, wo sie angewiesen werden, Verunreinigung durch Götzenopferfleisch zu meiden, das fällt dann nachher weg. Warum? Also um es dir nur kurz zu zeigen, wenn du 1. Korinther dir anschaust, 1. Korinther Kapitel 8, geht genau um die Sache, fängt an mit, nun zur Frage des Götzenopferfleischs. Und in Vers 7 dann zum Beispiel, aber nicht alle haben die Erkenntnis, einige essen, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, das Fleisch noch als Götzenopferfleisch und so wird ihr schwaches Gewissen befleckt. Ja, also dieses Kapitel hier, da geht es darum, wenn man sich das durchliest, auch Römer Kapitel 14, ist die gleiche Thematik wegen Fleisch essen, also Götzenopferfleisch. Da sagt Paulus dann zum Beispiel an der Stelle, ich weiß und bin im Herrn Jesu fest überzeugt, dass nichts Unreines in sich selbst. Unrein ist es nur für den, der es als unrein betrachtet. Man sagt ja hier, wenn wegen deiner Speisen, die du isst, dein Bruder verwirrt und betrübt ist, ja dann lass es weg, dann ist das nicht. Aber eigentlich sagt Paulus hier so, also diese Götzenopferfleisch-Geschichte, eigentlich kannst du ruhig essen. Ist ja jetzt merkwürdig, wenn man sich die Sachen ansieht. Also waren diese vier Dinge aus Apostelgeschichte Kapitel 15, die wir da gelesen haben, Götzenopferfleisch, Unzuchtmeiden, Ersticktes und Blut, waren diese vier dauerhafte Anweisungen, die feststanden? Ja wohl irgendwie nicht, weil zumindest die Götzenopferfleisch-Sache ganz offensichtlich nicht mehr vorkam nachher. Warum nennt Jakobus dann diese vier Sachen hier an dieser Stelle? Also welchen Zweck hat das, wenn das jetzt nicht dauerhafte Sachen waren, die feststanden? Was war seine Intention im Kontext mit dieser Streitigkeit im Kopf behalten? Da war halt ein Clinch zwischen Judenchristen, die ihr Leben lang bestimmte Gesetze befolgt hatten, die eigentlich nicht mehr so nötig waren. Aber die hatten ihr Leben lang bestimmte Dinge halt befolgt. Und jetzt hattest du Heidenchristen, wo Gott gezeigt hat, ich nehme die auch an, ohne dass die die Sachen halten. Und zwischen denen gab es natürlich Konflikte. Und jetzt ist die Frage, warum erwähnt Jakobus diese vier Punkte? Und was man da machen kann, ist ja immer gut, wenn man einfach Dinge halt in einem ganzen Zusammenhang hier betrachtet. Was ich nämlich gerade gemacht habe, ich habe aufgehört bei Vers 20. Und ganz schlau ist, wenn man Vers 21 mitliest. Und eigentlich das ganze Kapitel. Also immer Tipp, wenn du kuriose Bibelzitate hast oder sowas, schau dir halt an, worum es da eigentlich gerade geht. Im Kapitel, im Bibelbuch, in dem großen Kontext auch und so. Was war da für eine Situation gerade im Gange. Also deswegen jetzt einfach mal Vers 21 noch. Da sagt nämlich Jakobus denn am Anfang. Also diese vier Dinge, die er da nennt. Jetzt begründet er die, warum er die ausgesucht hat. Und er sagt hier, denn Moses hat seit alten Zeiten in jeder Stadt seine Verkünder, da er in den Synagogen an jedem Sabbat verlesen wird. Hm. Also schon mal interessant, worüber spricht er hier? Er spricht über Moses. Also Jakobus sagt hier, es ging ja mit der Beschneidung, ging es um das Gesetz Mose. Und jetzt begründet er mit dem Gesetz Mose. Moses wird ja weiter am Sabbat gelesen in den Synagogen. Da gehen Judenchristen hin, da gehen dann auch Heidenchristen hin in die Synagoge. Weil sie da viel lernen können. Aus Gottes Vorsatz. Das machen die weiterhin damals. Und da begründet er jetzt, ja Moses wird ja immer noch da gelesen. Und deswegen sollten sich die Heiden jetzt hüten vor Verunreinigung durch Götzenopferfleisch, Unzucht meiden, Ersticktes und Blut. Und Verbindung zu Moses. Er macht hier keine Verbindung. Das wird manchmal auch dann von Theologen eben favorisiert. Sie sagen, ja, vielleicht kann man ja zu diesen Gesetzen Noas, die Noah gegeben wurden, halt eine Verbindung machen. Wo tauchten das das erste Mal auf und so. Aber bleiben wir doch einfach bei dem, wie Jakobus selbst hier seine Sache begründet. Warum soll ich lang suchen? Jakobus sagt hier, was seine Intention ist, diese vier Dinge zu nennen. Er sagt hier, weil Moses wird immer noch in der Synagoge gelesen. Das Gesetz Mose. Und jetzt könnten wir, schließt sich natürlich die Frage an. Ja, wo im Gesetz Mose, also jetzt dritter Mose, diese große Paket Gesetzen, die da sind speziell dann. Wo tauchten da vielleicht die ganze Geschichte jetzt auf? Also gibt das da irgendwie halt Kapitel, wo speziell diese Punkte erwähnt werden? Wo es darum geht? Und da möchte ich mal dich mitnehmen auf einen ganz kurzen Ausflug. Das machen wir auch nicht super lang. Ich gehe mal in den Hupsala. Ich wollte eigentlich hier so ein Seitenfenster hinziehen. So. Also jetzt haben wir hier links die Gebote weiter. Ersticktes Blut und Götzen, Opfer, Fleisch und Unzucht. Jetzt gehen wir hier auf der rechten Seite in Leviticus 17. Genau. Also da sind wir jetzt im Kapitel 17 vom Leviticus. So. Im Gesetz Mose sind wir da drin. Und hier siehst du schon oben drüber, geht es um Opferbestimmungen. Okay. Und Jakobus fing an hier auch mit Götzen, Opferfleisch und so. Und ich kann dir schon vorab sagen, das Kapitel 17 betrifft jetzt die Thematik Schlachten von Tieren, Opferfleisch darbringen, was es erlaubt und wie muss mit dem Blut umgegangen werden. Und ich lese jetzt natürlich hier Auszugsweise daraus. Aber kannst du hier gern im Komplett dann durchlesen zu Hause noch. Also die ganzen Sachen, die ja mal deine Bibel schon am Kapitel lesen. Hier in Vers 3, da ist folgendes Gebot. Jeder Mann aus dem Haus Israel, der innerhalb oder außerhalb des Lagers ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege schlachtet und das Tier nicht zum Eingang des Offenbarungszelts bringt, um es dem Herrn vor seiner Wohnung zu opfern, dem soll es als Blutschuld angerechnet werden. Also wenn ein Tier geopfert werden sollte, dann wurde das damals, oder wenn ein Tier geschlachtet werden sollte, so ein Tier wurde geschlachtet, dann sollten die Israeliten das zum Zelt bringen, also zur Stiftshütte bringen. Vers 5, daher sollen die Israeliten die Opfer herbringen, die sie auf freiem Feld zu opfern pflegten, um sie für den Herrn beim Eingang des Offenbarungszelts dem Priester zu überbringen und sie als Heilsopfer für den Herrn opfern. So, das war halt so eine wichtige Voraussetzung. Also Opfer gingen halt immer in Verbindung mit dem Zelt der Zusammenkunft, also mit dem Stiftshütte und so. Da war halt immer dieser Kontext, wenn du Tiere tötest, wenn es um Opfer geht, das muss deinem Gott Yahweh halt gewidmet sein. Dass das wirklich so ist, das belegt jetzt der Vers 7. Da ist jetzt, was sie nicht machen sollten, Vers 7, sie sollen nicht mehr ihre Schlachtopfer für Boxdämonen schlachten, mit denen sie Huren. Das gelte ihnen und ihren kommenden Generationen als ewige Satzung. Okay, also was haben wir hier? Wir haben, ich muss hier nochmal ganz kurz was anderes mit rübernehmen. Also wir haben hier in Vers 7 die Thematik, da geht es um Götzenopferfleisch, das was Jakobus anspricht. Das soll nicht mehr für Dämonen sein, sondern jetzt soll das Blut hier an den Altar Javis gebracht werden. Also Thematik, in dem Kapitel haben wir hier schon mal Götzenopferfleisch. Aber hier ist noch eine Thematik drin. Das ist ganz interessant, ich schalte hier mal ganz kurz die Sprachen ein. Also wenn in der Apostelgeschichte, als Jakobus diese vier Dinge da erwähnt, wenn ihr hier von Unzucht redet, Unzucht, das ist im griechischen Porneia. Im Alten Testament, wenn man da guckt, wie das Wort Porneia gebraucht wird, das sieht man jetzt hier, nämlich in der Septuaginta. Und zwar, was hatten wir jetzt, den Vers 7, ne? Also wo das mit den Dämonen war, dass die denen halt nicht irgendwie Sachen opfern sollten, den Dämonen. Da stand ja im Deutschen, also Götzenopferfleisch nicht für Dämonen und so. Da stand hier, mit denen sie Huren. Also mit den Dämonen, mit diesen anderen Göttern gehen sie sozusagen eine Beziehung ein. Das ist das, was hier in Levitikus erwähnt wird. Und im Griechischen ist es halt, wie gesagt, im Neuen Testament Porneia. Und jetzt hier im Alten Testament, bei diesen Dämonenopfern, steht hier unten auch Ekporneo. Also da halt auch wieder das gleiche Wort. Unmoralbegehen wird hier aber in Levitikus in Bezug auf Götzendienst verwendet. Und an ganz vielen Stellen im Alten Testament ist diese Unzucht, die hier gemeint ist, ist halt die Unzucht mit anderen Göttern. Also anderen Göttern zu dienen, neben Yahweh. Das ist der Kontext hier in Vers 7, in Levitikus, was wir hier gelesen haben. Dann gucken wir nochmal, Levitikus 17, Vers 12. Da haben wir dann in dem gleichen Kontext, wir sind immer noch bei der Sache, wie ist das, wenn Tiere geschlachtet werden. Da steht hier, niemand unter euch darf Blut genießen, auch der Fremde, der in eurer Mitte lebt, darf kein Blut genießen. Also hier haben wir jetzt das Thema Blut drin und das Thema Fremde. Nochmal Vers 13, jeder unter den Israeliten oder der Fremde in eurer Mitte. Das heißt, jetzt haben wir hier plötzlich die Thematik, die wir in der Apostelgeschichte ja auch haben. Wir haben also etwas, wo in Levitikus 17 jetzt nicht nur Gebote an die Juden drin enthalten sind, sondern das war auch was für die Poseliden, für die Nichtjuden, die halt bei dem Volk gelebt haben und da sozusagen sich angeschlossen hatten. In der Apostelgeschichte 15, wo wir bei den Christen sind, geht es ja auch um Nichtjuden, um damals die Heidenchristen, die jetzt mit dazu kamen. Das heißt, Jakobus pickt sich hier höchstwahrscheinlich, also da gehen die meisten von raus, Gebote oder eine Passage aus Mose raus, aus dem Gesetz Mose, nämlich aus Levitikus Kapitel 17, möglicherweise auch Kapitel 18. Und nochmal die Erinnerung, Jakobus hat es gesagt. Hier, Vers 21 hat gesagt, denn Mose hat seit alten Zeiten in jeder Stadt seine Verkünder, da er in den Synagogen an jedem Sabbat verlesen wird. Also diese Sachen, die wir hier gerade uns ganz kurz angeguckt haben, die wurden weiter vorgelesen. Da wurde darauf hingewiesen. Was heißt das jetzt? Immer noch die Frage, jetzt sind wir einen Schritt näher. Warum hat Jakobus diese vier Punkte rausgepickt? Also diese Punkte werden hier auch in Bezug auf Fremdlinge erwähnt, im Alten Testament, im Gesetz Mose. Aber ich lese mal einen Kommentar dazu vor, den ich sehr, sehr spannend fand oder sehr gut erklärt auch. Jakobus hatte einen perfekten und äußerst logischen Grund für die Auswahl dieser vier Gebote aus dem Gesetz des Mose. Er wurde auf brillante Weise vom Geist Gottes geleitet, sie für die neuen Gläubigen auszuwählen, damit sie damit anfangen, Anführungszeichen, weil die Welt im Großen und Ganzen außerhalb von Judäa in heidnischen Tempeln anbetete und alle vier dieser Handlungen wurden in diesen heidnischen Tempeln ausgeführt. Erstens, also Anbetung von Götzen, falschen Göttern, Götzenopferfleisch. Zweitens, strangulieren von Opfertieren, um das Blut im Inneren zu halten, also dieses von Erwürgtem, hatte mit Opferritualen bei den Sküten zu tun. Drittens, das Trinken des Blutes des geopferten Tieres, auch da mit heidnischen Ritualen. Und viertens, Tempelprostitution, also Geschlechtsverkehr in Verbindung mit heidnischen Tempelritualen. Jakobus wusste, dass jeder Neubekehrte unter den Heiden diesen Hintergrund haben würde oder einen von denen und wenn er verlangte, dass sie zuallererst mit diesen Handlungen aufhören sollten, dann müssten sie auch aufhören. Zu den heidnischen Tempeln zu gehen. Auch hier erwartete und wusste Jakobus, dass die Bekehrten, Zitat, jeden Sabbat in die Synagoge gehen würden, um die Predigten von Moses zu hören, wo sie dann alle gerechten Anweisungen des Schöpfers kennenlernen würden, nicht nur diese vier spezifischen Gebote aus dem vorherigen Vers. Indem Jakobus diese vier Gebote aus dem Gesetz des Mose als Ausgangspunkt wählte, machte er es Neubekehrten unmöglich, zu heidnischen Tempeln zu gehen, während sie gleichzeitig an jedem Sabbat lernen sollten, was Moses lehrte. Ja, also das ist eine Sache, ein Zitat dazu. Und jetzt als zweiter Punkt nochmal, um es zu vertiefen, das hatten wir ja jetzt hier eigentlich, alle vier Punkte waren im Kontext Götzendienst. Also auch die Unmoral, die jetzt hier erwähnt wurde, haben wir gesehen, im Alten Testament ist das der Begriff, der in Verbindung mit den Dämonenopfern gebraucht wurde, Unzucht mit diesen Götzen. Deswegen Zitat jetzt aus dem Buch von Biel, The Temple and the Church's Mission, da schreibt er, wenn Jakobus sagt, ach, warte mal, ich hole dir mal wieder hier den Text mit rüber, dann kannst du da mit reinschauen, habe ich mal wieder die ganze Zeit nicht gemacht, weil manch einer guckt ja auch lieber, so, hier, Möglichkeit, Kontext Götzendienst, da, das sind wir, kann ich hier noch ein bisschen, so, also, wenn Jakobus sagt, dass die Heiden sich enthalten sollen von dem, was durch Götzen verunreinigt ist und von Unzucht und von Erstickten und von Blut, dann will er ihnen nicht die mosaischen Speisegesetze aufzwingen, sondern ihnen sagen, dass sie sich des Götzendienstes enthalten sollten, um im neuen Zeitalter jetzt geistlich rein zu sein. Jedes der vier Dinge, von denen sich die Heiden fernhalten sollen, hat mit der Anbetung von Götzen zu tun, wobei sich das Erste, das Dritte und das Vierte auf die Tieropfer beziehen und die den Götzen dargebracht wurden. Unzucht kann sich auf kultische Prostitution oder einfach auf Unzucht beziehen, an der alle Christen nicht teilnehmen dürfen. Das Zitat von Jakobus zeigt, dass die Heiden nun als reingelten und in der Stiftshütte eintreten und sie dort anbeten könnten, ohne die mosaischen Reinheitsgesetze zu befolgen. Die, wie Petrus feststellte, ein Joch sind, das weder wir noch unsere Väter zu tragen vermochten. Genau. Noch eine Ergänzung aus Bahns Bibelkommentar. Also hier wegen diesem Für Moses oder Wegen Moses. Die Bedeutung dieses Verses ist, dass das Gesetz des Mose, das diese Dinge verbietet, in den Synagogen ständig gelesen wurde. Da diese Gebote ständig gelesen wurden und die jüdischen Konvertiten nicht so bald erfahren würden, dass ihr Zeremonialgesetz nicht mehr verbindlich war, hielt man es für zweckmäßig, ihnen keinen unnötigen Anstoß zu geben. Um des Friedens willen war es besser, dass sie sich des Götzenopfers enthielten, als die jüdischen Bekehrten zu verärgern. Also, anders gesagt, theoretisch galt das mosaische Gesetz nicht mehr. Das hat Gott gezeigt, indem er halt Heiden einfach schon angenommen hatte zu dem Zeitpunkt, ohne dass sie sich an das Gesetz da gehalten haben. Aber die Juden waren es ja gewohnt, sich an diese Vorschriften des mosaischen Gesetzes zu halten. Haben das auch über lange Zeit weiter gemacht. Ganze Neue Testament, die Briefe nachher, immer wieder die Thematik, dass die da nicht loslassen konnten und halt immer wieder so in dem Gesetz sozusagen das in den Fokus gestellt haben, statt dann diese Freiheiten durch Jesus. Und deswegen schreibt Jakobus hier oder schreibt der Kommentar hier dann noch so, okay, an diejenigen gerichtet, an die Heidenchristen, die jetzt mit in die Synagoge kommen, Leute, passt zumindest bei diesen Sachen da auf, hier mit Götzenopferfleisch und so, um euren Mitbrüdern, den Juden, die jetzt Christen geworden sind, um denen halt nicht irgendwie einen Anlass zum Straucheln zu geben, dass die in ihrem Glauben da irgendwie halt Anstoß nehmen an dem Verhalten und so. Also das plus Thematik Götzenopfer. Alle vier Punkte haben im Grunde genommen sind eine Warnung vor Götzendienst. Eine Vierfache. Vor allen Varianten, die damals in den Tempeln halt praktiziert wurden, in Verbindung mit der Anbetung irgendwelcher anderen Götter. Gibt es einen Hinweis darauf, dass diese Interpretation stimmt? Also auch die Sache hier mit Barnes Bibelkommentar zu sagen, so ja, das war ein Zugeständnis aufgrund des Gewissens der Judenchristen, um denen nicht vor den Kopf zu stoßen. Sie wollten gerne noch die Gebote irgendwie weiterhalten des mosaischen Gesetzes und so. Gibt es einen Hinweis darauf, dass Jakobus Auflistung von den vier Sachen hier auch eine Art Zugeständnis war? Also zwei Sachen. Also zum einen war es dann sozusagen eine Bestätigung, hey, haltet euch vom Götzendienst fern. Und zum anderen, das ist ein Zugeständnis an Judenchristen, dass ihr nicht da irgendwie immer Knies miteinander habt. Gibt es einen Hinweis darauf? Ja, den gibt es. Und zwar kommt diese Aufzählung von den vier Sachen noch einmal vor in der Bibel. Danach. Einmal in Apostelgeschichte 21. Apostelgeschichte 21, Abvers 21. Und ich lese dir mal vor, was da halt passiert ist in dieser Situation. Das sind diese Reisen von Paulus. Da reist er jetzt nach Jerusalem. Und hier steht, also zusammengeschrieben hier im Kontext der Apostelgeschichte 21, reist Paulus nach Jerusalem, wo einige Christen, die aus der jüdischen Tradition kamen, ihn beschuldigten, die Juden in der Diaspora, also die Juden, die unter den Heiden lebten, gegen das mosaische Gesetz zu lehren. Das ist hier Vers 21. Vorwurf an Paulus, du lehrst alle unter den Heiden lebenden Juden von Moses abzufallen. So, das haben sie ihm da vorgeworfen. Weil Paulus ja gesagt hat, hey, gilt ja so nicht mehr. Also, da waren sie aufgebracht. Der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, oder die Leiter, empfehlen Paulus, sich öffentlich mit vier Männern zu reinigen, die ein Nazirea-Gelübde abgelegt haben, um zu zeigen, dass er das mosaische Gesetz respektiert und befolgt. Ein Nazirea-Gelübde war ein spezieller Akt der Hingabe an Gott, der in Numerie 6 beschrieben wird, also im Gesetz Mose. Dieses Gelübde beinhaltet Abstinenz von Wein, anderen Traubenprodukten und so weiter. Das Wachsenlassen des Haares während der Gelübde-Periode. Am Ende der Gelübde-Periode sollten das Haar abgeschnitten und im Tempel verbrannt werden, als Teil eines rituellen Opfers. In diesem speziellen Kontext scheint die Aufforderung, die Haare abzuschneiden, ein Teil des Prozesses zu sein, das Nazirea-Gelübde zu beenden und zu zeigen, dass Paulus und die Männer das mosaische Gesetz befolgen. Es war auch ein öffentlicher Akt, der dazu dienen sollte, die falschen Anschuldigungen gegen Paulus zu entkräften. Also hier Vers 24 sagen sie ihm nämlich, hey, lasst euch dann da die Haare scheren nach dem Nazirea-Gelübde. Zitat, so wird jeder einsehen, dass an dem, was man von dir erzählt, nichts ist, sondern dass du auch das Gesetz genau beachtest. Okay, im Grunde genommen, was wir hier finden und später in seinen Briefen, ist aber klar, das gilt ja nicht mehr, das Gesetz Mose. Also wenn man das in den Briefen von Paulus liest und so erklärt er, warum das sozusagen mit Jesus dann nicht mehr ein Muss ist. Also wer das gerne halten wollte damals, der konnte das machen. Da war jetzt auch nichts falsch dran oder so, aber es war halt kein Muss mehr. Es war offen. Wie gesagt, Cornelius wurde ohne Beschneidung vom Gesalb, vom Heiligen Geist und so. Also Gott hat die auch so angenommen, die Heidenchristen. Also hier ein Zugeständnis, sozusagen wieder um irgendeinen Knies, der da war, um irgendwelche Vorwürfen, die da waren, und seine Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Und in diesem Kontext, was kommt jetzt hier? Also ihm wurde hier gesagt, mach das, dann sieht man, dass du das Gesetz auch beachtest, also diese Autorität vor dem Gesetz. Über die gläubig gewordenen Heiden aber haben wir ja einen Beschluss gefasst und ihm geschrieben, sie sollen sich vor Götzen, Opferfleisch, Blut ersticken und Unzucht hüten. Also hier kommt diese Aufführung von den vier Punkten nochmal vor. Aber in welchem Kontext? In dem Kontext einer Handlung von Paulus und vier anderen Männern, wo sie ein Zugeständnis machen an ihre jüdischen Mitchristen, weil die mal wieder sich aufregen wegen Gesetzesangelegenheiten. Also da, hier geht es im Grunde genommen nicht um ein Muss, sie hätten es nicht machen müssen, sondern hier geht es um eine Handlung wieder, wo sie ein Entgegenkommen zeigen. Wo sie, genau, ja, eigentlich wieder friedenstiftend handeln wollen. Und genau in diesem Kontext kommen wieder diese vier Sachen von Jakobus vor. Wo wir den Gedanken aus dem Bibelkommentar hatten, hey, die vier Sachen, klar, Götzendienst hatten sie alle mit zu tun, aber im Grunde genommen war es auch, gerade diese Götzenopferfleischsache und so, kommt oft vor im Neuen Testament noch. War es ein Entgegenkommen an die Judenchristen. Vielleicht nochmal als historische Ergänzung, dass das mit den Tieropfern, also gerade mit dem Erwirkten, also warum wird das jetzt speziell erwähnt vom Jakobus in Apostelgeschichte Kapitel 15. Da hatten wir das ja. Er hätte ja auch einfach sagen können, von Blut. Wenn ich irgendein Tier erwürge, ist das Blut ja immer noch nicht, immer noch drin so. Dann war es nicht ausgeblutet, wie es bei den Juden erforderlich war, nach Mose Gesetz. Warum führt er das Erwirkte speziell auf? Und das kann ich dir hier zeigen. Und zwar ist das aus der Wiki, welche ist es? Sküten Religion, hier von dieser Webseite. Über die Religion der Sküten. Genau, die halt auch da, damals zu der Zeit, in dem Raum, da halt auch noch unterwegs waren. Wir haben aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, also dass die als Sküten da, Nomaden Osteuropas, Mittelasien und so. Also das waren Sachen, die da auch, denen die Christen wahrscheinlich begegnet sind. Und Herodot schreibt nämlich was über die Sküten. Und das haben wir hier, Tieropfer. die artskütischen Tieropfers. Darüber schreibt hier Herodot. Das hier ist das Zitat, das hellgraue. Das Opfer steht mit gefesselten Vorderfüßen und der Opferpriester steht hinter dem Opfer und indem er am Ende der Schnur zieht, wirft er das Tier nieder und als das Opfer fällt, ruft er den Gott an, dem er opfert und wirft dann sofort eine Schlinge um seinen Hals. Und wenn er einen kleinen Stock hineinsteckt, dreht er ihn um und erwürgt das Tier so, ohne ein Feuer anzuzünden oder ein erstes Opfer vom Opfer zu bringen oder ein Trankopfer darüber zu gießen. Und wenn er es erwürgt und von der Haut abgezogen hat, kocht er es weiter. Wenn dann das Fleisch gekocht ist, nimmt der Opferer ein erstes Opfer des Fleisches und der lebenswichtigen Organe und wirft es vor sich hin. Also hier ist eine Opferzeremonie, die der Sküten beschrieben. Ja, und bei den Sküten war es so, dass zu dem Opfer dazu gehörte, dass das Tier erwürgt wird. Also das war dann in der damaligen, in der Antike eben auch eine Möglichkeit, was in Tempeln wohl gemacht wurde mit Opfertieren. Also nicht nur, dass es Tempelprostitutionen gab, dass das Blut verwendet wurde, Götzenopferfleisch, dass Fleischgöttern geopfert wurde, sondern auch, dass eben Tiere in diesen Zeremonien, bei den Sküten zumindest, erwürgt wurden. Dann macht es auch Sinn, warum Jakobus das erwähnt, weil er wirkt es, kommt im Alten Testament jetzt wirklich nicht vor, als Begriff oder so. Wirst du nicht finden, was er da nutzt, diesen Begriff. Aber es kommt zu seiner Zeit halt wahrscheinlich in den Tempelritualen mit vor, wo er ja vor Götzendienst warnen möchte. Also das hier, die Ergänzung zu dem Erwürgten. Und noch eine Ergänzung zu dem Thema Unzucht. Das ist Wikipedia zu Tempelprostitutionen. Da steht, nach Straborn, Athenaios und Pindar gab es in Griechenland Prostitutionen von Tempelsklavinnen im Tempel der Aphrodite in Korinth. Straborn, Ovid und Diodor beschreiben Hierodulen im Kult der Aphrodite von Eriks auf Sizilien der Ausstrahlung bis nach Rom gehabt haben soll. Also auch da, Korinth, Sizilien, Tempelprostitution. Also die Sachen halt, die haben wir jetzt in der Begründung von Jakobus im Grunde genommen identifizieren können. Und jetzt merke ich, dass hier gerade wieder irgendwie die Farbe knallrot geworden ist. Stimmt das? Das ändere ich mal ganz kurz und blende so lange was ein. In der Zeit kannst du, wenn du möchtest, ein Abo hinterlassen, den Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast und einen Daumen hoch geben. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir das hier vielleicht auch irgendwie weiterhilft, was wir hier besprechen oder das interessant für dich ist. Genau. Oder wenn du den Kanal unterstützen möchtest, riesengroßes Dankeschön. Jetzt wende ich es hier schon unten einblende an jeden, der halt den Kanal hier auch finanziell irgendwie unter die Arme greift und ich hoffe immer, das wird aber dann noch lange dauern, wahrscheinlich, dass das wirklich mal ein Teil so der Einkünfte ausmachen könnte, dass man hier oder dass ich einfach wirklich Zeit habe, nicht nur den einen Tag in der Woche, in den ich mir rausschaufel für die ganze Angelegenheit. Also wenn du mir da helfen möchtest, auf lange Sicht gesehen, hier wirklich mehr Zeit einsetzen zu können oder so, dann ein ganz großes Dankeschön, falls du da auch finanziell monatlich irgendwie mit einem kleinen Betrag unterstützen möchtest oder so. Wie gesagt, steht unten drunter. Aber das nur am Rande. So, Farbe ist wieder okay. Und wir kommen zum letzten Thema für heute, zu einer abschließenden Betrachtung, weil, was hatten wir eigentlich eingangs gehabt für ein Thema? Genau, wir wollten doch eigentlich über den Tempel reden. Und jetzt kommen wir zurück zu dem letzten Punkt, nach diesem großen Ausflug, dass es da Jakobus um Thema Götzendienst ging, als er an den Heiden, an die Heiden diese Worte gerichtet hat. Jetzt kommen wir nochmal zu Jesus als kosmischer Stiftshütte oder als Tempel, der für die Völker bestimmt ist. Ja, in Apostelgeschichte 15, Vers 16 hatten wir nämlich das Zitat gelesen vom Jakobus. Und da habe ich gesagt, da kommen wir nochmal hin. Er zitiert hier Amos, danach werde ich mich umwenden und die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Also den Tempel, Stiftshütte, Tempel, ein Symbol. Zitat von Biel, Jesus ist die kosmische Stiftshütte der letzten Tage, in der nicht nur gläubige Juden, sondern auch Heiden im ganzen Kosmos anbeten können. Da alle in ihm gereinigt sind und nicht durch die mosaischen Gesetze der Reinheit, gelten sie auch als rein für die Anbetung in ihm als dem neuen Tempel. Das hatten wir mit dem Glauben. Sie sind durch Glauben gereinigt, durch die Gnade Jesu gerettet und in Vers 9 er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt, nicht durch das Gesetz Moser. In Apostelgeschichte 15 Vers 16 wird die Auferstehung Jesu, die eine neue Schöpfung darstellt, mit dem Bau eines Tempels gleichgesetzt. Die beste Begründung für diese Gleichsetzung ist die Erinnerung daran, dass die alttestamentliche Stiftshütte und der Tempel ein Symbol für den kommenden neuen Kosmos wagen, in dem Gott voll und ganz wohnen wird. Die Verbindung zwischen Apostelgeschichte 7 und Apostelgeschichte 15 Vers 16 war auch dieses Gott wohnt nicht in Tempeln. Die sind zu klein für Gott. Die Verbindung zwischen diesem Zitat und Apostelgeschichte 15 wird durch die ähnlichen begrifflichen Diskussionen und die Verwendung der Worte Bauen und Hütte zusammen mit David in beiden Abschnitten angezeigt. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass Jakobus das Zitat aus Amos 9 Vers 11 mit den Worten einleitet. Hier damit stimmen die Worte der Propheten überein. Dies deuten darauf hin, dass Jakobus mehr als nur eine Stelle des Alten Testaments im Sinn hat. Ja, das wird hier auch angeführt. Hosea 3 Vers 5 Jeremia Kapitel 12 Also mit anderen Worten, Jakobus hat hier auf dem Schirm, dass er sagt, in Jesus haben wir diese zerfallene Hütte Davids, diesen Tempel, der ist neu gebaut worden. Das ist das Thema immer noch, was in der Apostelgeschichte hier verfolgt wird, auch in dieser Story jetzt hier, in diesem Bericht von den ersten Christen. Der neue Tempel ist errichtet und Fokus hier in Kapitel 15 ist, der neue Tempel zu dem kommen jetzt alle Völker, die Heidenvölker und das ohne diese Voraussetzung des Gesetzes Mose. Also der Tempel Jesus und der Glauben, das gilt dann halt im Grunde genommen für alle Völker ohne diese speziellen Gebote der damaligen Zeit. Was noch gilt, schreibt Biel so gesehen, der Teil des Gesetzes, der den Götzendienst verbietet, gilt für das Volk im Neuen Zeitalter genauso allgemein wie im Mosagen Zeitalter. So wie die heidnischen Fremden in Israel die Stiftshütte anbeten, in der nochmal, genau, so wie die heidnischen Fremden in Israel an der Stiftshütte anbeten und sich vom Götzendienst fernhalten sollten, sollten die heidnischen Anbeter in der Kirche, die Heidenchristen, in der neuen Stiftshütte, dem neuen Tempel anbeten und sich vom Götzendienst fernhalten, also in der Gegenwart Gottes. So wie die Gegenwart Gottes und der Stiftshütte der Grund war, sich von der Götzenanbetung fernzuhalten, so ist die endzeitliche Gegenwart Christi als die wahre Stiftshütte oder der wahre Tempel, der Grund sich nicht an der Götzenanbetung zu beteiligen. Ja, das ist einfach eine Entsprechung noch. Die Anbetung gilt halt dann in die Richtung immer noch den einen Gott anzubeten, aber da ist das im Grunde jetzt bei den Christen halt klar, der Fokus liegt nicht mehr auf den Gesetzen von damals oder auf dem Gebäude von damals. Das war alles nur eine Vorschattung, die zu Jesus geführt hat, als neuem Tempel und der Gemeinde als neuem Tempel, dieser Kombination. Letzter Satz, die wahren Anbeter werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Zitat von Jesus, Johannes 4. Es ist der Geist Christi, nicht mehr die Rituale des mosaischen Gesetzes, der jetzt von Götzendienst und aller Unreinheit reinigt. Ja, also Reinigen von Unreinheit, früher dieses dem Tod verfallene Leben, irgendwas stimmt nicht im Verhältnis zu Gott, dafür war in der Antike, in der Zeit dann vorher im alten Judentum, war der Tempel und die Rituale waren das Bild dafür, dass da etwas im Verhältnis zu Gott gekittet werden muss. Ich muss wieder aus einem Zustand, wo ich irgendwie im Verhältnis zu Gott Zustand muss ich herauskommen. Dafür waren die Rituale ein Vorbild, aber in Jesus hat sich das dann alles erfüllt. Das ist so der Kontext dieses Kapitels und deswegen da halt kein Götzendienst. Die Lösung ist nicht bei irgendwelchen Götzen, irgendwelchen Statuen oder sowas, sondern im Verhältnis zu Gott, im Verhältnis zu Jesus zu finden. Ja, das war nicht das Einfachste glaube ich heute. Man könnte auch noch viel tiefer gehen. Das war jetzt auch wenn wir jetzt hier 50 Minuten haben an dieser Stelle, war das noch lange nicht alles, was man jetzt hierzu hätte raussuchen können. Ich hoffe aber trotzdem, dass es interessant für dich war. Auch vielleicht mit dem Hintergrund der eine oder andere von den Zuschauern hier. Bei dem ist es so wie bei mir. Ich hatte früher den Hintergrund dass ich bei Zeugen Jehovas gewesen bin, die ja auch intensiv die Bibel betrachten, aber hier eine spezielle Auslegung zu diesem Blutverbot haben, was es sonst bei Christen oder selbst bei Juden nicht in der Vehemenz gibt. Und vielleicht auch deswegen mal interessant einfach zu sehen, okay, was war denn hier der Kontext, worauf weist denn vieles hin, warum Jakobus an dieser Stelle diese vier Dinge ausgewählt hat. Also das vielleicht auch, falls du diesen gleichen Background hast oder sowas, würde es mich natürlich sehr interessieren, wenn du mal Lust hast, unten drunter zu schreiben, was du jetzt so dazu denkst. Genau, aber forsch selbst nach, bleib offen, einfach für Fragen auch, die du hast, geh denen nach, guck in die Bibel hinein, in den Kontext hinein, schau, was andere Leute dazu schreiben und versuch, wie es immer auch ermuntert, dir halt dein Bild zu machen, das ist deine Verantwortung auch. Ich hoffe einfach nur hier ein paar spannende Anregungen dazu beitragen zu können. Riesengroßes Dankeschön an deine Aufmerksamkeit, deine Zeit und genau, wie gesagt, Abo und alles habe ich ja schon gesagt, von daher wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video dann hoffentlich wiedersehen. Bis dahin, Tschüss.